So Freunde vom Plärdo, es sind ein paar Tage vergangen, ich hab endlich raus, wo diese verfickte letzte, ja diese verfickte letzte Stern ist. So, das heißt hier, warte, wir müssen erstmal das Level nochmal komplett von vorne durchspielen, ne? Also, weil, naja, es tatsächlich ziemlich am Ende ist. Ah, naja. Uah, scheiße, oh Gott. Na, warte, auf den und dann ja, so haben wir das. Ja, es ist jetzt noch ein paar Tage, da ich gespielt hab und ein paar Tage noch zusätzlich her, da ich's rausgefunden hab, also. Nicht böse sein, so. Oh, scheiße, ich dachte, hier könnte ich's perfekt vorspulen, Moment, so, zack. Genau, damit haben wir den ersten Raum geschafft. Boah, wie oft ich dieses Level gespielt hab, ne? Oh, eigentlich müsste ich das echt schon auswendig können. Ja, viel kommt nicht mehr, es kommt noch ne Kleinigkeit, aber selbst da, naja, ich sag's euch am besten gleich, wenn wir da sind. Ich hätte auch eigentlich da hinspulen können, aber das wird ein echt kurzes Video, glaub ich. Also, das wird jetzt der große, wahrscheinlich wirklich Abschlusspart. Ähm, ach du Scheiße, okay. Okay, ich versteh schon. Und da bin ich tot. Ähm, lass ich mir überlegen. Oh Gott, schaff ich das? Ja, schaff ich. Ähm, lass ich mir überlegen. Also, ich dachte jetzt, ich spiel das Level einfach trotzdem mal komplett von vorn durch, dann mal vielleicht mal so schaffen, so ein paar Minuten Video hinzubekommen, weil das wird sonst echt extrem kurz, das wird allgemein extrem kurz. So, weil ich auch jetzt nicht wirklich viel zu sagen hab zu der ganzen Sache, die am Ende kommen wird. Oh, upala, okay, Moment. Ach, komm schon. Ja. Hack 3, meine lieben Freunde. Ich kann's kaum erwarten, ob jemals Hack 4 rauskommt. Ich meine, wenn, dann wird das ja ewig dauern. Ich meine, wann kam Hack 2, kam, glaub ich, 2012 oder 2011 raus. Und jetzt haben wir ja 2015. Also. Ne? Okay, hier haben wir den Stern. Also nicht hier, sondern, mhm, naja, ihr werdet schon sehen, das ist ganz am Ende. So. Scheiß Bullet Bill. Und mit Bullet Bill meine ich eigentlich, boah, wie ich mich gerettet hab. Oh Gott. Oh, ihr scheiß Feuerviecher, haut mal ab. Okay. So, wie ging das jetzt nochmal? Ihr wisst ja, wie ich so hart da hoch wollte, dass es nicht geklappt hat. So, wir müssen hier hin. Und dann müssen wir zurück. Und dann kommen auf einmal Viecher hier hin. Ja, ganz recht. Ihr seht verdammt richtig. Und einer droppt so ein P-Switch. So, nur leider muss ich zugeben, ich hab vergessen, wofür der gut war. Muss ich ihn mitnehmen? Ach so, genau, hier spawnt dann eine Tür. Ich lande dann hier. Das letzte Ding wird genommen. Und ich bin am Ende. Alles ist eigentlich wie immer. So, ja, ich bin der Creator. Danke, dass du das gespielt hast. Dein Abenteuer ist jetzt over. Aber, jetzt sagt er es anders. Oder ist es das etwa? Nein, das ist nicht vorbei. Du hast alle 45 grüne Sterne bekommen. Hier ist ein Bonus. Und jetzt kommt der Bonus. Es ist einfach eine lange Story mit einer creepigen, ähm, Musik. So, wie der Typ irgendwie den König über so abfuckt. Also, ihr könnt euch das ja durchlesen, weil das ist echt jetzt wirklich viel Text. So, und der sagt diese sadistischen Sachen einfach. Okay, okay, es ist nicht wirklich viel Text. Aber der hat irgendwie den König gepackt. The End. Und mehr konnte ich nicht rausfinden über dieses Spiel. Ob es jetzt tatsächlich irgendwo weiter geht. Ich glaube nicht. Aber ich, ich hab's durchgesucht. Ich hab nichts gefunden. Also, glaube ich, das ist das Ende des Spiels. Wer weiß, ob wir nicht noch ein Part irgendwann mal dranhängen. Aber für so gesehen war's das jetzt mit diesem Nachtrag. Ähm, ja. Wenn ihr's besser wisst, dann sagt mir Bescheid, ne. Wie letztes Mal ich das, glaube ich, auch gesagt hab. Ansonsten, dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Hack.